Musik Ich finde es mega toll. Ich war gerade beim Café um die Ecke und habe mir meinen Pfandbecher abgeholt. Und ich muss ihn nicht mehr abwaschen. Ich hasse abwaschen. Das ist so toll. Und ich bin auf dem Weg zur Arbeit und kann was für die Umwelt tun. Das ist so einfach. Musik Musik